Mein Name ist Dominik Brune. Ich fahre mit meinem Kumpel Sven Alte-Semeier die Valtic Sea Circle mit. Der Wagen hat jetzt knapp 350.000 Kilometer runter und wir hoffen, dass er uns die weiteren 8.500 Kilometer auch mal sicher und vor allem zuverlässig durch die Rallye bringt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017